was geht ab und auf dem weg zu einem glückstausch und heute ist die erste rampenlichtstunde spotlight es ist ohne x mal schauen dass nur eine stunde können wir auf jeden fall mal mitnehmen vor allem die erste die begeisterung ist nicht groß aber ich weiß nicht was die leute erwartet haben also genau so was habe ich gerechnet ist eine kleine nette abwechslung ist halt auch nur eine stunde also ich weiß nicht ich weiß echt nicht was die leute erwartet haben koma lad oder was interessanterweise ist halt ohnex auch erhöht also die chance ist ganz gut vor allem für die leute ja nicht so viel zocken könnt euch jetzt die stunde und könnt euch ein shiny onyx wir können uns jetzt erstmal einen saftigen lucky tausch shiny natürlich gestern übrigens auch wieder hochgeladen update zu meinen shiny luckys könnt ihr gerne abchecken vor allem jetzt nach dem event sind ein paar neue dazugekommen und ich versuche jetzt durch das event habe ich ja so viele lucky freunde bekommen jeden tag mal wieder einen lucky tausch zu machen und danach gibt es auch wieder ein update ansonsten wenn sie mich auch den kanal unterstützt und wie immer gibt es einen kommentar ein abo und aktiviert die glocke treffpunkt wiederpropylen da hatte ich gestern extra checkt auch gerne da das video und wetter ist schrecklich es schneit oder so glückstausch zu ende lenne ich hier neben mir ein ich habe mir jetzt auch das zweite megaplan gegönnt familie zu ende kollega erst vor kurzem wieder angefangen hatte jetzt noch nicht so viele sachen aber es war scheinlich von timimi wollte ich mir jetzt sicher abknüpfen und ich brauchte nicht unbedingt denn ich brauche hier nur ein von der familie das heißt ich selber kann mir auch einfach nur von timos von timos ist ja relativ häufig deswegen lasse ich ihm die von timimi dass er halt seltener sachen auch zum tauschen wirklich nicht hat ich hoffe ich habe das jetzt gehört weil ich bin das ziemlich heftig kurzes update das letzte mal wo wir uns gesehen hatten habe ich ja getauscht danach habe ich paar erledigungen gemacht habe mir auch noch was zu essen geholt eine kleinigkeit und jetzt muss ich erst mal pinkeln und mein lieblingsort zum pinkeln sind eigentlich uni gebäude ist ja noch gar nicht so lange her dass ich moment fand geht leider weg aber das kann ich jetzt nicht mit rumschleppen und irgendein fans sammler wird sich hoffentlich darüber freuen auf jeden fall war ja noch nicht so lange her dass ich in der uni war deswegen kennt man hier eigentlich alle uni gebäude und alle toiletten finde ich ganz chillig weil wenn man pokémon go spielt den ganzen tag muss man halt auch irgendwann mal auf toilette es sind aber gar nicht so viele unix da 18 nur leute wo nichts hat angefangen aber von den neuen sports hier bei mir bei sind es halt nur drei aber schauen wir mal ich bin auch gespannt wie viel shinies wir kriegen oder ob wir überhaupt einen kriegen nicht dass wir einen brauchen weil wir haben eh genug aber nur so aus interesse aber es geht noch nix spawn technisch ist okay könnte mehr sein aber es sind genug zum fangen sollte ein schein hoffentlich mit dabei sein wie gesagt eigentlich brauchen wir keins auf jeden fall von nidik eine verpasste chance um kristall onyx einzuführen kennt jeder wahrscheinlich aus dem anime ist eine coole sache gewesen viele haben auch auf kristall onyx spekuliert aber ich glaube nicht so leute eine runde haben wir gedreht event ist in zwei minuten zu ende eine farmrunde hier in münchen checkt das mini guide video habe ich da erklärt was die vermute hier in münchen ist event was soll ich sagen ich kriege erst mal auf onyx gefangen haben wir 29 stück denn drei scheiniges hatte ich bereits 29 stück in der stunde möchte sein hätte man auch einfach zu einem guten onyx nest gehen können was weiß ich westpark oder ostpark oder sowas olympiapark und da hätte man glaube ich in einer halben stunde diese 29 onyx gefangen ja ich weiß nicht so genau ein tic das ist eine nette idee vor allem für mich als video content creator jede woche ein bisschen material ansonsten hätte ich heute nichts gemacht außer dem glückstausch dementsprechend ist es schon interessant aber auch irgendwie nicht weil onyx 29 stück ja keine ahnung eure meinung in die kommentare damit habt ihr mitgemacht wie findet ihr die stunde ich bin mir noch unsicher wir sehen uns zu hause alter ich habe erfahren dass dieser flw videos dass der typ mit der socke und dem schütteln gehackt wurde krasse sachen vielleicht mache ich dazu ein video aber krank ich ziehe mir jetzt die ganzen videos rein über das ganze thema ein video habe ich mir schon angeschaut und zwar die ursprüngliche hacker e mail im nachhinein kann jeder sagen jo ich werde nicht drauf reingefallen dies das aber schwer zu sagen also ich kann sagen ich werde nicht drauf reingefallen aber trotzdem kann man ihm nicht vorwerfen und krasse sache kranker sache auf jeden fall naja spotlight war okay was soll man sagen ich habe es ja gesagt ich hätte auch einfach eine halbe stunde in einen onyx les gehen können wäre rein theoretisch effektiver gewesen aber man hätte auch nicht viel erwarten können also viele keine ahnung waren halt enttäuscht aber weiß nicht was habt ihr erwartet außerdem ist ja noch die testphase direkt experimentieren noch herum und mal schauen vielleicht kommt auch ein seltenes pokémon ich habe mir so überlegt klar man könnte meinen jo ein seltenes pokémon macht keinen sinn die wollen das nicht entwerten wie ist das aber ich würde sagen man kann schon ein seltenes pokémon raushauen weil es hat nur eine stunde und ich habe um die 25 bis 30 ohnex gefangen selbst wenn jetzt sagen wir mal kommal hat kommen würde wäre krass jeder würde sagen boah hong das geht doch nicht kommal hat würde so entwertet werden ich sag euch doch das geht weil ich habe nur 25 bis 30 gefangen und 25 bis 30 sind nicht wirklich viele selbst nach dieser 1 stunde ist kaum man hat dann immer noch recht selten und nicht jeder fängt 25 bis 30 das war 25 bis 30 bei der münchner farmroute würde vielen leuten eine gute gelingenheit geben ihr erstes ihre ersten paar kaum man hat zu fangen sie werden motiviert rauszugehen für die seine stunde aber nach dieser 1 stunde hätten sie immer noch nicht genug kommen hat das heißt die könnte man immer noch wieder bringen ohne dass er entwertet wird meiner meinung nach aber mal schauen was dann mit dieser 1 stunde macht ihr könnt gerne in die kommentare schreiben ob ihr am start war und eure vorschläge für die spotlight stunde also heute erstmal wenn stunde und morgen ist noch mal eine neue stunde und zwar die bonus stunde also da kann man glaube ich genau erwarten was kommen wird und zwar ein bonus für eine stunde wahrscheinlich irgendwie sowas doppelsternstopp für eine stunde nehme ich gerne mit eine stunde fahren wieso nicht doppelbombo für eine stunde oder sowas irgendwann mal dann und doppel für eine stunde so was wahrscheinlich aber das sehen wir dann morgen das war es von mir überleiten subscribe kommentieren checkt die videos ab folgt mir auf instagram facebook twitter checkt den shop ab hackt mich bitte nicht und vergesst nicht wo kommuniziert im business